so hallo habe jetzt gerade ein paar minuten zeit da dachte ich mache ich kurz ein kleines facebook live und wollte mal ein bisschen was zur topfgröße erzählen bei den chillies das ist aktuell eine frage die sehr sehr häufig aufkommt die leute den kribbelt schon allen den fingern bald raus zu dürfen mit ihren chillies und da überlegen sie sich natürlich wenn sie den topf täpfe pflanzen wie groß die töpfe sein müssen und neben den ja der größe muss natürlich noch ein paar andere sachen bedenken also grundsätzlich immer die eine der hauptfragen immer welche sorte in welche topfgröße das ist auch fast es ist ja also gibt es kein kein absolutes richtig sondern diverse abstufungen was möchte man man kann mit der topfgröße ein bisschen den habitus also den wuchs der pflanze steuern hat man eine pflanze die man bewusst kompakter halten möchte dann lohnt sich durchaus mal einfach ja einen kleineren topf zu nehmen man muss aber dabei bedenken natürlich einen kleineren topf nimmt das dann natürlich auch die der wartungsaufwand größer wird das heißt es gießen ist kann einem heißen sommertag kann halt ein kleiner 5 liter topf ja zwei dreimal wasser gebrauchen und große 40 liter topf dagegen kann zwei tage ohne zusätzliches gießen auskommen deswegen sollte man sowas natürlich immer bedenken was für kapazitäten hat man selber wenn es richtig warm ist die pflanzen noch mit feuchtigkeit zu versorgen wenn man weiß dass man eben nicht jeden tag gießen kann dann macht es halt durchaus sinn größere töpfe zu wählen wie gesagt mein persönliches empfinden ist unter fünf liter sollte man eigentlich nichts machen bei keiner sorte bei keiner art und oben sind ja die grenzen offen ich erzähle ja immer ganz gerne von meinem größten projekt mein 330 liter topf wo ich dann auch in einem jahr 20 kilogramm rokotus ernten konnte von einer pflanze das ist natürlich jetzt nicht das was jeder machen sollte sollte sich nicht jeder riesige töpfe in den garten stellen sondern eben schauen was für platz habe ich was für ansprüche haben die sorten wie ist mein wie viel möchte ich wie kann ich gießen was kann ich da alles abbilden wichtig ist eben neben der topfgröße auch dieses substrat dass man benutzt also die erde manche erden wenn die mal ausgetrocknet sind ist es sehr schwer die wieder feucht zu bekommen deswegen solche in wenn man solche sachen hat sollte man natürlich schauen dass man eher also wenn man solche erde benutzt ist natürlich ein größerer topf auch immer noch von vorteil das trocknet dann eben nicht so schnell aus man muss aber aufpassen also ein großes thema ist ja immer gesagt bei den erden aktuell torfreien torfreien nicht torfreien und sehr viele torfreie oder torfreduzierte substrate sind ein bisschen anspruchsvoller vom gießen her da muss man halt immer ein bisschen ja vorsichtig sein hallo tomaten liebhaber sehe ich gerade die meldung genau da muss man ein bisschen vorsicht sein bei der substratauswahl und das eben gut aufeinander abstimmen es bringt nichts großen topf hat mit sehr schwerer aber wo die pflanze nur sehr sehr schwer durchwurzeln kann wo sehr viel wasser speichern kann und es sind eben dazu kommt das kommt dass die alle versumpft wenn man eine schwere aber der hat oder nutzen möchte manchmal auch bewusst dann sollte man sich eher für eine kleinere topfgröße entscheiden muss aber dann natürlich mehr dahinter sein hinter das gießen wenn man jetzt einen großen topf nimmt dann empfiehlt sich halt eine erde mit einer guten drainage also wo das wasser gut durchfließen kann damit es auch keine sogenannte ja jetzt nennen sie mal sumpftaschen gibt das ist auch so ein sowas und füllt eine erde direkt aus dem sack ein da ist auch so ein klumpen mit drin die man nicht aufgelockert hat der bleibt dann irgendwo in im topf so zusammengepresst drinnen zieht ganz viel wasser auf und dann ja wird er nie wieder trocken sagen wir mal so oder sehr sehr schwer wieder trocken genau hallo christian prakt gesehen mörteleimer ja oder nein grundsätzlich muss man sagen ob es mörteleimer ist oder in pflanztopf sehr viel wird von dem aus dem selben plastik hergestellt aus derselben kommt aus derselben fabrik tatsächlich ist es so dass die ein großer hersteller von von mörteleibern auch ein sehr großer hersteller ist von pflanztöpfen die hauptsächlich in den baumstuhlbereich eingesetzt werden also größere kübel und danach kann man eigentlich sagen vermutlich ist es von der belastung her wenn es eine belastung gibt überall gleich und mörteleimer sind natürlich einfach günstiger in der anschaffung wenn man mörteleimer benutzt sollte man schauen dass eben da das wasser gut abfließen kann das heißt man muss selber löcher rein machen führt aber eben dazu auch wenn man das eben das plastik einreißt das ganze zeug nicht so lange hält dass natürlich dann manchmal die besser man greift eben auf ein produkt zurück wo die löcher ja eingebrannt wurden oder einge direkt ausgespart wurden das heißt wo es dann eben nicht zu einer rissbildung führt ich habe selber habe mal eine ladung größere kübel gekauft eigentlich mit der hinsicht in der hinsicht dass die gelocht sein hätten sollen der lieferant hatte keine löcher und hat einfach jemand hingestellt der alle durch gebohrt hat und dann kamen die bei mir an und neben den löchern waren halt dann immer so ja noch risse dran und die töpfe haben dementsprechend nicht so lange gehalten deswegen eben mörteleimer kann man nehmen sollte eben beim beim sollten löcher reingemacht werden und dabei sollte man eben vorsichtig vorgehen damit das zeug auch lange hält und nachhaltig ist dann eben nicht alle zwei jahre neue mörteleimer braucht gesagt genau wie oft empfiehlst du in der regel zu gießen normale erde ohne torf temperatur 15 bis 20 grad raumtemperatur ist eine frage pauschal zu beantworten ist es sehr sehr schwierig wie groß ist die pflanze wie viel wasser kann die pflanze durchziehen ist natürlich da immer die ganz ganz klare frage solche pauschalisierten gießanleitungen zu geben es sind immer sehr herausfordernd ich habe das in der vergangenheit ein paar mal gemacht und dazu hinreißen lassen gesagt gieß zwei dreimal die woche hat die person zwei dreimal die woche gegossen aber immer gleich in zehn liter gießkanne auf zehn liter topf und dann war es zusätzlich ja kalt deswegen wie sagt konkretes beantworten geht erst wenn ich sozusagen weiß wie viel erde hat die pflanze aktuell wann wurde die umgetopft kann man damit rechnen dass sie schon ausgewürzelt hat wenn die sehr frisch getopft ist also sagen wir mal wir gehen jetzt von einem zwölf zentimeter topf aus und gehen dann die nächste stufe hoch sagen wir auf einen zwölf liter topf dann empfehle ich am anfang wirklich nur in dem umkreis wo der zwölf zentimeter topf ist ganz leicht zu gießen und dann sich langsam nach außen zu arbeiten also immer mehr zu gießen weiter nach außen zu kommen weil da nämlich genau pass auch passieren kann wenn man gießt überall ganz großzügig drum und dann hat man unten so eine sumpfschicht nach der weile je nachdem was für ein substraten hat wie gut es abfließen kann und die pflanze kann das wasser nicht mehr aufnehmen es kann auch nicht abtrocknen und dann haben wir halt die ganze saison lang probleme deswegen wenn jemand da fragen hat konkret zum gießen dann kann er mir gern bilder schicken informationen schicken wichtig ist auch immer zu wissen was für eine aber es ist wie lange steht schon in der aber dann kann ich da ein bisschen konkreter werden aber pauschal kann ich sowas nicht beantworten ja ok doch jetzt kommen gerade die angaben pflanzen vom keimen bis ins freiland circa also neun zentimeter eckiger topf wir haben normale arte ohne torf kann ich also das neun zentimeter topf ist glaube ich wenn ich mich irre um halben liter substrat jetzt natürlich die große frage also pflanzen vom keimen bis ins freiland das heißt die sind jetzt gekeimt und kommen irgendwann ins freiland das heißt die wachsen in dem zeitraum und wenn sie natürlich wachsen heißt es natürlich auch dass am anfang weniger wasser brauchen am ende mehr wasser brauchen aus dem gefühl raus würde ich sagen das aber ohne gewehr drei mal zwei drei mal in der woche wenn man sich unsicher ist kann man auch vier fünf mal in der woche gießen aber dann halt jeweils immer weniger und man muss das ein bisschen ins gefühl reinkriegen bis es für die erde im gefühl bekommen wir haben das auch jedes jahr wir haben jetzt letztes jahr wurde die unsere haupt erde die mischung leicht angepasst da mussten wir dann auch ja hat es ein paar tage gebraucht bis man ein gefühl dafür bekommen hat wie viel man gießen muss wie die pflanzen reagieren wie die erde reagiert und ansonsten haben wir ja noch einen zweiten erde lieferant wo man eine torffreie erde bezogen haben und da war die qualität auch von einem jahr auf den anderen unterschiedlich hat man auch immer ein bisschen ja ein bisschen ins ins gefühl dafür bekommen man hat ein gefühl dafür gebraucht und es hat immer eine weile gedauert deswegen persönliche empfehlung eben in dem fall zwei drei mal in der woche bisschen mehr gießen oder wenn man vorsicht davor gehen will 45 mal in der woche ein bisschen weniger gießen und wie sagt je nachdem am anfang auch grundsätzlich weniger gießen wenn jetzt erst frisch umgetopft sind dann wirklich nur um den um den keimen drum rum gießen ähnlich wie beim umtopfen und dann immer ein bisschen mehr so fasse ich noch mal ganz kurz diese topf geschichte zusammen weil ich zwischendurch jetzt schon noch mal so viel erzählt habe also für jede sorte endtopf mindestens fünf liter je nach sorteart das unterscheidet natürlich wenn man es was für eine ziersorte hat dann kann man sind fünf liter durchaus ausreichend sagen wir eine ziersorte capsicum anum wenn man natürlich hinterher mehrere kilo früchte ernten möchte von ja von euro koto dann ist fünf wird davon sehr sehr knapp geht auch ist aber gesagt sehr viel mehr aufwand und ist sehr viel empfindlicher das ist auch so eine geschichte und grundsätzlich desto größer der topf desto mehr hat man so ein puffer drin mit dem man arbeiten kann sei es gießen sei es trockenheit sei es regen regen ist ja auch so eine geschichte so ein kleiner topf wenn es viel regnet ist natürlich sehr schnell versumpft und so ein großer topf kann mehr wasser aufnehmen und größer zu größer haben meistens auch größere löcher kann wieder deutlich mehr durchfließen also das ist immer so die das was man abwägen muss noch mal zu uns bei uns haben wir ja die saatgutproduktion benutzt man tatsächlich nur gerade mal knapp sieben liter töpfe es ging in der vergangenheit eben aber auch dahingehend dass wir die auf tische gestellt hatten die nicht so stark belastbar waren lieber wären wir da auch ein bisschen mehr werden wahrscheinlich auch wenn die alten töpfe mal kaputt sind und durch sind und wir neue brauchen wird man da auch ein bisschen größer fahren ja mindestens neun liter dann muss man es da eben auch ein bisschen einfacher hat bei rokotus habe ich ja schon erwähnt kann man eigentlich nicht groß genug machen wobei ich da noch mal der angemerkt haben möchte dass der große topf von mir damals da saß eine überwinterte drin das heißt die hatte schon ein gutes guten wurzelballen die hat den 330 topf auch durchgewürzelt soweit wie ich sehen konnte aber natürlich jetzt ein keimling der jetzt im januar gekeimt ist in so einen topf reinsetzt ist die wahrscheinlichkeit ist er komplett durchwürzelt eher ein bisschen geringer ja wenn jemand noch fragen hat dann einfach mich anschreiben ich versuche möglichst alles zu beantworten ab und zu reicht es mir nicht jetzt muss ich auch weiter bedanke mich für eure aufmerksamkeit für die fragen und ja wie immer gerne auch feedback hinterlassen ob euch das gefallen hat was für themen euch gerade der schuh drückt dieses nächste mal ein bisschen besprechen soll ja also ich bin bereit freue mich drauf euch noch einen schönen tag und scharfes wochenende ciao ciao